Siebenschön Gelesen von Sven Gertz Eine Produktion von Zücks Hörbuch Siebenschön Es waren einmal in einem Dorfe ein paar arme Leute. Die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter. Die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte Wusch, Spann und Nähte für Sieben und war so schön wie Sieben zusammen. Darum ward sie Siebenschön geheißen. Aber weil sie, ob ihrer Schönheit, immer von den Leuten angestaunt wurde, schämte sie sich und nahm sonntags, wenn sie in die Kirche ging, denn Siebenschön war auch Frömmer als Sieben andere, und das war ihre größte Schönheit, einen Schleier vor ihr Gesicht. So sah sie einstens der Königssohn und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne. Aber es war ihm leid, dass er vor dem Schleier nicht auch ihr Gesicht sah und fragte seiner Diener einen, wie kommt es, dass wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen? Das kommt daher, antwortete der Diener, weil Siebenschön so sitzam ist. Darauf sagte der Königssohn, ist Siebenschön so sitzam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein Leben lang und will sie heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldenen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden, sie solle abends zu der großen Eiche kommen. Der Diener tat, wie ihm befohlen war und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen, ging daher zur großen Eiche und da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe, um ihrer großen Sitzamkeit und Tugend willen und sie zur Frau nehmen wolle. Siebenschön aber sagte, ich bin ein armes Mädchen und du bist ein reicher Prinz. Dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich wolltest zur Frau nehmen. Der Prinz drang aber noch mehr in sie und da sagte sie endlich, sie wolle sich's bedenken. Er solle ihr ein paar Tage Bedenkzeit gönnen. Der Königssohn konnte aber unmöglich ein paar Tage warten. Er schickte schon am folgenden Tage siebenschön ein paar silberne Schuhe und ließ sie bitten, noch einmal unter die große Eiche zu kommen. Da sie nun kam, so fragte er schon, ob sie sich besonnen habe. Sie aber sagte, sie habe noch keine Zeit gehabt, sich zu besinnen. Es gebe im Haushalt gar viel zu tun und sie sei ja doch ein armes Mädchen und er ein reicher Prinz und sein Vater werde sehr böse werden, wenn er, der Prinz, sie zur Frau nehmen wolle. Aber der Prinz bat von Neuem und immer mehr, bis sieben schön versprach, sich gewiß zu bedenken und ihren Eltern zu sagen, was der Prinz im Willen habe. Als der folgende Tag kam, da schickte der Königssohn ihr ein Kleid, das war ganz von Goldstoff, und ließ sie abermals zu der Eiche bitten. Aber als nun sieben schön dahin kam und der Prinz wieder fragte, da mußte sie wieder sagen und klagen, daß sie abermals gar zu viel und den ganzen Tag zu tun gehabt und keine Zeit zum Bedenken und daß sie mit ihren Eltern von dieser Sache auch nicht habe reden können und wiederholte auch noch einmal, was sie dem Prinzen schon zweimal gesagt hatte, daß sie arm, er aber reich sei und daß er seinen Vater nur erzürnen werde. Aber der Prinz sagte ihr, daß alles habe nichts auf sich, sie solle nur seine Frau werden, so werde sie später auch Königin. Und da sie sah, wie aufrichtig der Prinz es mit ihr meinte, so sagte sie endlich ja und kam nun jeden Abend zu der Eiche und zu dem Königssohne, auch sollte der König noch nichts davon erfahren. Aber da war am Hofe eine alte, hässliche Hofmeisterin, die lauerte dem Königssohn auf, kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem Könige an. Der König ergrimmte, sandte Diener aus und ließ das Häuschen, worin siebenschöns Eltern wohnten, in Brand stecken, damit sie darin anbrenne. Sie tat dies aber nicht. Sie sprang, als sie das Feuer merkte, heraus und alsbald in einen leeren Brunnen hinein. Ihre Eltern aber, die armen alten Leute, verbrannten in dem Häuschen. Da saß nun siebenschön, drunten im Brunnen, drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, konnt sie aber zuletzt doch nicht auf die Länge drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Mannskleider, ging als ein frischer Bub an das Königshof und bot sich zu einem Bedienten an. Der König fragte den jungen Diener nach dem Namen, da erhielt er die Antwort, Unglück, und dem König gefiel der junge Diener all so wohl, daß er ihn gleich annahm und auch bald vor allen anderen Dienern gut leiden konnte. Als der Königssohn erfuhr, daß Siebenschöns Häuschen verbrannt war, wurde er sehr traurig, glaubte nicht anders, als Siebenschön sei mitverbrannt, und der König glaubte das auch und wollte haben, daß sein Sohn nun endlich eine Prinzessin heirate und mußte dieser nun eines benachbarten Königs Tochter freien. Da mußte auch der ganze Hof und die ganze Dienerschaft mit zur Hochzeit ziehen, und für Unglück war das am traurigsten, es lag ihm wie ein Stein auf dem Herzen. Er ritt auch mit hinten nach als der Letzte im Zuge und sang wehklagend mit klarer Stimme »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Das hörte der Prinz von Weitem und fiel ihm auf und er hielt und fragte »Ei, wer singt doch da so schön?« »Es wird wohl mein Bedienter der Unglück sein«, antwortete der König, »den ich zum Diener angenommen habe.« Da hörten sie noch einmal den Gesang »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Da fragte der Prinz noch einmal, ob das wirklich niemand anders sei als des Königs Diener, und der König sagte, er wisse es nicht anders. Als nun der Zug ganz nahe an das Schloss der neuen Braut kam, erklang noch einmal die schöne, klare Stimme »Siebenschön war ich genannt, Unglück ist mir jetzt bekannt.« Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger. Er spornte sein Pferd und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp hin, bis er an Unglück kam und »Siebenschön« erkannte. Dann nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges und zog in das Schloss ein. Da nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt waren und die Verlobung vor sich gehen sollte, so sagte der Prinz zu seinem künftigen Schwiegervater, »Herr König, ehe ich mit eurer Prinzessin Tochter mich feierlich verlobe, wollet mir erst ein kleines Rätsel lösen. Ich besitze einen schönen Schrank. Dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir also einen neuen. Bald darauf fand ich den alten wieder. Jetzt saget mir, Herr König, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll.« »Ei, natürlich, des alten wieder«, antwortete der König. »Das Alte soll man in Ehren halten und es über Neuem nicht hintansetzen.« »Ganz wohl, Herr König«, antwortete nun der Prinz, »so zürnt mir nicht, wenn ich eure Prinzessin Tochter nicht freien kann. Sie ist der neue Schlüssel und dort steht der Alte und nahm sieben schön an der Hand und führte sie zu seinem Vater, indem er sagte, »Siehe, Vater, das ist meine Braut.« Aber der Alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus, »Ach, lieber Sohn, das ist ja Unglück! Und mein Diener!« Und viele Hofleute schrien, »Herr Gott, das ist ja ein Unglück!« »Nein«, sagte der Königssohn, »hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Sieben schön, meine liebe Braut!« Und nahm Urlaub von der Versammlung und führte Sieben schön als Herren und Frau auf sein schönstes Schloss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017